. . . . . Wunderschön. . . . . . Wenn man so geüftet hat. Ich bin in einem Baum. Ich habe ein paar Stahler, die ich ausgeholt habe. Schau, da ist meine Markierung. Ist das Schade, dass er die grossen weggenommen hat? Da ist meine Markierung. Hier habe ich die zuerst abgedrückt. Ja, die ist noch abgedrückt. Irgendwo ist noch ein runder Böppel. Ist der nicht mehr da? Da steht einfach so eine runde Kugel. Warte, was ist das? Irgendwo steht da drunter Böppel. Wirklich Säckchen. Tipptopp.